Seid willkommen zu Mario im Wunderland. Ich bin's, euer Genie Blauer Toad, in der Rutschpartie im Platzer-Tal. Ah, okay. Ich glaube sogar, der Blaue Toad hat andere Voicelines als der Gelbe. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh, so eine Art von Gegner seid ihr also. Verstehe. Ist da oben was? Ja, da ist was. Das sieht doch voll so aus. Ah, Münzen. Okay. Von dem Gleis. Und wir hatten eine Blaue Mütze. Eine richtige SMTV-Mütze gefühlt. Wow, ey, ey. Oh yeah, BAMS. Ich weiß auch nicht, was die hier sollen. Kann man denn eigentlich lauter stellen? Ich muss es jetzt einfach mal wissen. Okay, nee, kann man nicht. Schade. Man kann doch keine Resserspielen lauter stellen. Ich hab's jetzt so ein bisschen lauter gestellt für euch, aber no lauter geht nicht. Boah, aber. Das hört sich langsam komisch an. Schau mal hier. Eine Sinnamünze. Ich wollte fast wieder das da kommen. Ah, nein, Sinnamünze. Wiii. Ach, schade. Den Kuppa kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Okay, auf die kann man springen. Auf will ich so keine Stacheln haben. Schau mal, der Hintergrund wird den Lichterketten. Das ist ja hübsch. Weil du es nicht wisst, ich bin ein Freund von Lichterketten und das ist echt hübsch. I do like it. Die Münze. Danke, Kuppi. Boing. Bink, 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 bink. Wäste hoch? Fff. No. Ja, ich weiß auch, wie. So. Was? Das war nichts? Guck her. Mach, kaputt. verschwinde ich muss nur noch reinkommen na sicher meinst du wirklich aber erstmal haben wir eine reise nach Jerusalem nein einmal reicht da kann man es noch mal machen muss man es noch mal machen also noch mal kann ich es nicht machen die spawn keine neuen dinger mehr also sorry kumpel es geht leider nicht noch mal die reise ging nur einmal es war einmalig ich muss mal aufpassen kann ich irgendwo direkt wieder runter rechts von mir müsste das also hier soll nichts mehr sein mit dir hier ja da stirbt man nicht da sind noch keine schwarzen verdeckungen keine keine schatten kein schattenminister was bedeutet dass man da nicht stirbt sondern dass man runterkommt ok ja eigentlich nicht so mit dem blauen toad aber der hilft uns hier trotzdem hinaus ja ich schaff das war ja nein ja 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 super super mario das ist meine meinung dazu my opinion ist war wie saui und das müsst ihr akzeptieren das ist jetzt egal da oben die sind im vordergrund war gerade nicht sicher drauf rutschen das ist so vereist die iglus wie cool aha oh verdammt der hätte das kicken müssen oder oh nein der hätte das bestimmt kicken müssen der hätte das kicken müssen ok ja ja nein ok zurück zum checkpoint ich habe ich habe einen fehler gemacht der große skandal bei mir ich habe den großen fehler gemacht ich hoffe ihr könnt mich noch akzeptieren nach meinem skandal nach meinen fehler ich kann mich noch daran erinnern dass eine feierlumme war und das war auch richtig so ja 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 ok jetzt aufpassen den dud nicht killen welcher war das denn der ja kommt kipp mal danke man aber ich muss mitkommen nein sonst bricht doch nichts ist jetzt nicht warte mal da fehlt mir so oder so einfach dieses diese wunder ja doch hier ist nix na gut freunde dann hab ins ziel mir fehlt was und ich weiß nicht wo ich muss mal ein bisschen suchen gehen wo war die wunderblume hier ich weiß es nicht ist das ein Hinweis ist es ich hab's gefunden ich weiß nicht warum mir das vorher nicht einfach so gegeben wurde weil ich war da und eigentlich hätte ich es bekommen müssen sollen habe ich aber aus irgendeinem grund nicht ich zeig euch jetzt wo es ist es ist halt wirklich eigentlich kann man das nicht übersehen außer natürlich das spiel sagt wie bei mir wollen wir nicht pech und zwar hier einfach hier stamm attacke das war's kann ich nicht vorbekommen und jetzt verwandt sich auf einmal alles im schnee und alles rollt aufpassen wir machen unsere eigenen ziele richtig da hat nichts zu sagen gut dann halt nicht jetzt hat er was zu sagen aber wenn es down geht er muss dann aufpassen da ist auch schon was oder diesen riesen schneemann aber ist das nicht das ziel hier so schickt dann drin fast habe ich recht was okay ich mache es kaputt auch verdammt ich habe es kaputt gemacht aber ich kann auch der gewohnte arme wo füße hin nach unten oder gibt es nur das level verstoßpause platz da schütze es kann sein dass ich noch ein paar level übersehen habe oder so die werde ich dann einfach irgendwann nachholen ich werde alles machen keine sorge ich weiß noch nicht wann in welcher reihenfolge aber ich mein bestes ich bin kein gott player das ist eine verschnauzpause oder solche einfach nur überleben ich glaube ich einfach nur überlegen oder die minzen mitnehmen die power aber wenig müssen mehr bekommt da will ich schon ein bisschen mehr haben die ganzen aufwand das ist ja gar nix das wollen wir spielen glaube ich da jetzt habe ich mit dir gespielt mach keine spielchen mit mir keine ahnung okay das haben wir auch dann geht es weiter mit diesem level komplett du musst noch mal verschwinden sonst komme ich da nicht lang ich möchte nicht lang komm ich nicht nach oben ich nach oben kommen kann ich nicht mehr das ist verstanden gut einen angriff der spießeriche man sieht ja auch schon im hintergrund die viecher die warten nur bei ich fand so sich widerstand aber genau jetzt er drückt das war lustig das ist nicht gestorben das ist so dunkel ich glaube nicht dass man überlebe ich lass es lieber oder oder ich probiere es ja weil der ist dann nach unten abgestürzte gegner aber er ist nicht gestorben deshalb dachte ich vielleicht ja okay da ist ein secret ist der hinweis drauf aber tatsächlich nicht na gut selbst die feuerblumen sind glücklich drauf das ist doch schön boing danke rechte rein nicht rechte hoch ja kann ich ah danke nett von dir hab ich direkt ein wunderbar bekommen das nehme ich natürlich mir das nämlich mit da habe ich nämlich ein bisschen an dieses eine baum level aus kaputt wenn ihr wüsst was ich meine ok warte mal warte mal jetzt schon viel zu schnell ich will da noch hoch aber ich glaube ich habe verbaut ich gehe mich noch mal einfach nur um sicher zu gehen dass da oben nichts war wie wie wir am anfang das nur das gehört schnell wir können ja speedrun wir sind ja solche krassen gamer das sind wir einfach durch einfach durch hier bei dem der muss hierhin hier wo ich gerade stehen muss er hin ich kann nicht sein okay ich lasse es erstmal ich kann das spiel noch mal drauf zurück weil wenn es nicht geklappt hat dann weiß ich auch nicht anders machen soll ich habe sowieso hier essen den ersten ich mache gar nicht ich mache treffer das ist ein rückweg ich sehe schon dass es ein rückweg und ich habe mich kehren lassen doch nicht ich bin verwirrt egal die können wir uns nach oben katapultieren lassen ja hallo ja was geht da einer nein nein bitte 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 darf ich es noch mal okay warte wenn ich mich jetzt killen lassen dann müsste das doch respawn habe ich recht für mich wenn sie schlecht dafür mein gott muss ich rein laufen damit das funktioniert das muss jetzt wieder da sein habe ich recht oder habe ich recht damit ja was war ich denn dann später loslassen gar nicht loslassen einfach warten bis er automatisch loslässt okay gar nicht habe ich nicht voll nicht gecheckt aber jetzt habe ich es dankeschön nehme ich mit sehr liebenswert von euch das müssen helfen nein habe ich gesagt den kubaum geboren nein also ja nein aber ich nehme mit eingefangen der klemmt mir so zwischen die beine der klemmt mir so zwischen den beinen auf verdammt oben war noch was oder ja jetzt ist zu spät ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher es tut mir leid leute aber ich schmeiß mich in den abgrund ja es soll ich keine ahnung man das gefühl ja was übersehen naja nicht freuen sich freut das war jetzt kein kill weil ich schlecht bin sondern also das auch aber jetzt kein kill weil ich wirklich schlecht bin weil ich dachte ich habe ich habe nicht mal was übersehen junge das ist wie gerade eben wo ich gedacht habe ich habe übersehen was ich hier mit euch machen was ich war doch auf ihn drauf naja was soll's was passiert jetzt wir stehen seitlich raus nicht dass sie mal aber ein zeitlevel ist das müssen bei allen boi das ist sehr cool aber ich bin schlecht wartet mal stopp hier rechts könnte vielleicht noch was sein oder solche weitergehen gott ihr wisst ihr was ich gehe da nicht weiter ich glaube da ist wirklich das ziel und ich muss eigentlich hier lang also versuchen wir es erneut mit dieser komischen perspektive klar zu kommen eigentlich ist ja cool eigentlich ist hier voll cool gemacht wie so seitlich ist muss man aufpassen dass man sich nicht von sachen treffen lässt das beschwingt wie ich auch immer eine gleiche stelle treffen lassen es ist immer die gleiche verdammte stelle und das macht es mir einfach nur schwieriger aber man muss sich auch wenig beeilen damit man ja gut durchkommt danke kumpel ich kann aber nicht auf den kopf springen natürlich extra so gemacht ja vielleicht nicht lang sport habe ich gesehen ich finde mal ich finde mal ok ok der letzte der letzte nein es war das ich kann nicht springen ok ich warte mal dass er hier ist jetzt mach mal danke danke kumpel ja das hat spaß gemacht aufwendig schlecht war trotzdem spaß gemacht ach du meine phrase ich kann hier muss doch ein secret ich weiß es einfach ist was geil ist fünf münzen geil 69 da habe ich alles weil mir fehlt auch ein zähler kohle fehlt mir nicht nix ich weiß jetzt merken bitte sagt wenn ich mir fehlt eine blöde zähler kann ich weiß es gerade nicht naja ich muss in den laden gehen schon verstanden ok habe ich alles ich habe mir die goldene flagge erreicht oder gibt es ja ein secret exit ich glaube hier gibt es ein secret exit nee warte muss gar nicht sein muss gar nicht sein der häckchen kommt ja auch erst wenn ich hier alles gesammelt habe ja ok muss gar nicht sein ich so sondern ok also es müsste eigentlich irgendwo hier in der nähe sein bin ich mir relativ sicher es würde sinn machen ich kann es mittendrin abbrechen es muss hier irgendwo sein vielleicht war es noch ganz am ende das kann natürlich auch sein ich kann mir einfach nur rein oder irgendwo runter aber klar aber eigentlich müsst ihr immer was sein ich kann mir nicht vorstellen wo es sonst sein sollte am ende ist eine röhre ne ok da muss ich so nachschauen also jetzt fühle ich mich echt langsam wirklich verarscht also sorry aber das ist halt wirklich so ich habe am anfang des levels eine grube gekocht dachte da wäre was dann war da nicht ja ich will schon mal hinaus will hier unten ist es man kann das ist nicht dein ernst oder blöd oder so ich glaube hier in der ecke stehen jetzt mach mal ja man kann auf jeden fall runter das ist kein doch der ok nächster versuch diesmal mache ich es einfach selber ja fragt mich nicht wenn man das wenn man das wissen soll ich verstehe ich nicht ganz na gut es ist wie es jetzt genau da drunter stehen ist ihr das lieber vielleicht aber genau darunter steht ja ja bis sieben und das war geschenkt also das war jetzt ein bisschen zu einfach wenn ihr mich fragt also das zu finden nicht das zu bekommen ja too easy for me aber was soll's wir sind durch was auch immer ich bin gespannt wie es oben auf dieser mat aussehen würde ich bin jetzt wirklich gespannt drauf ach ist das kurs und marisch immer blind zu spielen also komplett blind auch zu entdecken die hälfte geschafft wie viel steht ihr habt immer geöffnet nicht so uns wichtiger als das andere und so kunden aufblühen so nett von dir danke und schon komm wir kaufen uns mal ein paar standys für so ein 10er pack kaufen und dann für billiger elefanten daisy sie ist der blauer toad blasentot mit so giftfarben schwimmel der joshie flatter joshie noch luigi to pose wie er tanzt luigi als feuer roter joshie feuer joshie gefühlt bohrer toadette da kommen jetzt die spoiler deshalb lass ich es jetzt mal okay sorry mal passiert normal ja wir werden es bestimmt noch früher oder später sehen auch so kennen wir uns auch schon aus den trailern das sieht echt schick aus ne das sieht echt schick aus starkes level da unten komm ich renne so viel her von fall zu fall machen wir als nächstes warum auch nicht aber immer mal bitte ja dass er damit kann ich mehr anfangen die farben an so giftfarben so ein bisschen pink auch allein geht was soll da muss ein cooper dran ich war noch mal kurz die blase benutzen mich dranhangeln das ist interessant und die münze ist nicht herausgefunden cool da haben wir noch was gewesen aber keine sorge da kommt wir auch noch anderweitig raum ja ihr habt angst und ich werde glücklich so war mit team wo ich das team bin und gleichzeitig das ja musste ich ich frage mich ob sie noch die eisblume oder sonst irgendwelche anderen power-ups geben wird oder ob jetzt schon alle bis auf eine neue gesehen haben das reicht nicht wirklich das müssen für mich was noch was anderes schade jetzt wollen ja ganz viele von denen doch das gleich ich vor allem wenn es da 10er coins zu gewinnen gibt gewinne gewinne das ist nur zum bouncen so sagt ja so weit haben ist es gedacht hier geht es weiter zwischen hier oben ja super duper geklettert würde ich sagen ja ja kommen auf hier jetzt beweist dass die die münzen drin sind ist drin gut gemacht eine wunderblume die macht wundervolle dinge hoffentlich ist dass ich wieder geguckt hat das war lustig und was ist das was einfach dieses spiel ausgabe diese grafik die expressions und alles das ist einfach wunderschön was soll ich sagen ich liebe es einfach und das ist überhaupt nicht was mache ich hier ja es war ich auch wir müssen uns bei allen hier haben wir die coopers gucken so ganz böse ich kriege ich jetzt okay dann nicht dran hangeln und mich dran festhalten muss mich dran halten dass wir in die regen halten hier keine ahnung muss erst mal weiter kennt die sport noch mehr ist noch viel mehr euch muss ich sammeln ist einfach das ist ja so einfach da kann was nicht stimmen doch was ist es genau das war eigentlich ob die halt nicht für immer oder keine ahnung okay wir sind ja wieder am start ist das ziel die antwort ist ja ich mag die neue aufschluss jetzt auch nicht bei uns sind so ein bisschen kurs irgendwie aber es ist trotzdem nice ist das ist einfach geil ist aber genial okay das können wir noch machen verschnauzpause über den folgen über den wolken so jetzt war so was na gut wenn das so ist wie so eine bohnenranke kann ich bodenranke generelle ranke bleib oben brauchte ich noch ja okay easy easy perfekt landen das war jetzt zu kurz ich weiß doch auch nicht freunde was zum probleme ach was mache ich denn nur kann man auf den weg hier hin wird wieder wandern da bin ich erleichtert er wurde mich markiert als ich gar nicht angekommen war seit dem sitze ich hier fest und der weg weiter nach oben ist auch blockiert das echte gipfel aber wo das gipfel wäre es schön wenn man da wieder hinkäbe gleich sollte ich den ausschuss zum gipfel aufgeben nein 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 madeleine hat auch nicht aufgegeben also gibst du auch nicht auf wir haben hier noch ein abzeichen test schwebe hochsprung 1 ein neues abzeichen schwebe ich jetzt mal gespannt was man die bekommt schwebe hochsprung spreche durch kurzzeitiges schweben höher als normalerweise ah luigi ja dann wie die jump was ich habe falsch gemacht oh man warte hm du sollst kurz warten okay sorry ich warte kurz ich bin halt schnell ja es soll nur zeigen dass man halt damit wie du die ganz hoch springen kann oder so ein bisschen auf joshi finde ich .... hey ich muss einen wirbelsprung machen ja mit dem wirbel in der luft kriegt man das easy hin wie sie gehen wie sie leist und damit sind wir auch durch heute da ist eine nette ability ist auf jeden fall nett aber wie gesagt meine liebige bisher ist die allererste so aber nicht mal darf tot egal welcher tot das freundin todetchen bisschen aufräumen nein dann gibt sie keine pizza aber trotzdem hat sie coole outfits bestimmt aber nicht mal dabei und schauen sie an teilgemacht und wir haben sogar das abzeichen das kann von der zwischen bekommen